Die Firma Ketterer Antriebstechnik macht kundenspezifische Antriebslösungen in vier definierten Marktsegmenten. Wir sind ein familiengeführtes Traditionsunternehmen, gegründet 1832, vor über 186 Jahren. Wir haben unseren technologischen Ursprung in der Getriebetechnik aus der Uhrenindustrie, haben früher Kuckucksuhren gebaut und haben diese Erfahrung weitergeführt bis hin zu komplexen Antriebslösungen, die wir heute in verschiedensten Anwendungen einsetzen. Wir sind ein Global Player, vertreten durch Salespartner weltweit und haben in Nordamerika, in den USA und Kanada eine eigene Niederlassung. Ketterer ist spezialisiert auf Antriebslösungen, die nach den Anforderungen unserer Kunden umgesetzt werden. Gerade im Bereich Gebäudetechnik haben wir bereits über 80 Jahre Erfahrung. Durch unsere Kernkompetenzen wie Spindeltechnik, Zahnradtechnik und Motorentechnik haben wir die größtmögliche Flexibilität, um Antriebslösungen umzusetzen. Wir produzieren im Haus Trapezgewinde, Stahlgewinde und Modulspindeln, aber auch selbst produzieren wir in unserer Fertigung Stirnräder, Zahnräder, Kegelräder und Schneckenradsätze. Mit unserer Entwicklungsabteilung sind wir in der Lage, innovative und komplexe Antriebslösungen umzusetzen. Deshalb auch unser Slogan, wir bewegen Ideen. Hier sehen Sie Kegelradgetriebe mit unterschiedlicher Übersetzung, unterschiedlichem Drehmoment und in unterschiedlicher Baugröße. Die werden zum Beispiel in so einer Pergolaverstellung eingesetzt. In Funktion kann man damit eine Pergola in ihrer Neigung zwischen 0 und 4 Grad verstellen. Und hier sehen Sie eine CCF-Fassadenanwendung. Hier haben wir ein Ketterer Umlenkgetriebe eingesetzt zur Raffstoffverstellung in der CCF-Fassade. Das Umlenkgetriebe sorgt hier für die Verstellung des Raffstoffs und zur Neigung der Lamellen. Wir sind auf der Messe R&T, weil das Marktsegment Building Drives eines der vier fokussierten Marktsegmente der Firma Ketterer darstellt. Die Messe R&T bietet für die Firma Ketterer die ideale Plattform, um Antriebslösungen in deren Funktion und in verschiedenen Anwendungen darzustellen. Rund ums Gebäude generieren Antriebslösungen immer einen Mehrwert für den Endkunden. Zu diesen Antriebslösungen gehören zum Beispiel Verstelleinheiten für Jalousien, Markisen oder Rollläden, aber auch Verstellantriebe für Pergolentverstellung oder Großschirmverstellung, aber auch zur Verstellung von Raffstoren in einer CCF-Fassade. Wir haben auch Antriebslösungen für Schiebeläden und Schiebefenster. Schauen Sie doch einfach auf unserer Webseite www.ketterer.de www.ketterer.de